Gute People, so Leute hier, was geht ab hier? Also wir sind hier wieder mal bei Frage für die Menschheit hier. Ihr wisst ja alle hier, dass da oben hier, da der Mars bewohnt werden soll hier. Und jetzt muss man sich schon mal vorstellen, 200, 300 Jahre später kommen die wieder zurück, die nächste Generation da hier. Hier, und dann vielleicht sind das Aliens oder irgendeine Gestalter hier. Hier, und dann haben wir, haben wir die Frage hier, gell, oder können wir, müssen wir denen irgendwie antworten geben hier. Also zum Beispiel hier, Freundin, Frau, oder was weiß ich hier, gell. Man sagt dann irgendwie, hier, du Weib, komm mal her, Weib hier, und Weib da, und Weib, Weib, Weib. Obwohl es eine Frau ist, eine Jungfrau, eine ältere Frau, eine Mädchen, oder was weiß ich hier, gell. Eine Frau Freundin, und da sag ich mir einfach nur, hier, Weib, was ist denn los, hier, Weib, wie lange willst du noch einkaufen? Wie lange brauchst du noch Weib hier und Weib da, hier? So, und wenn jetzt ein Alien da kommt, Frau oder Mann, weiß ich nicht, hier, und dann hier, hallo, warum, warum heißt das, Weib, 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 Weib? Die waren mal auf der Eft, jetzt kommen die zurück, zwei, dreihundert, vierhundert Jahre später, hier, und fragen dann so Sachen, gell, oder wie, und da kannst du, hier, genau du, da kannst du mitmachen. Schreib ohne Reihe, bei den Kommentaren, wieso das immer Weib genannt wird. Eine Freundin, die Frau, was weiß ich nicht, was alles, gell, oder, so, gell. Und da hilfst du mit, das ist ein Ding für die Menschheit, hier, da kannst du mitarbeiten, hier, und hier, ja, da hätten wir Antworten für die Aliens da, und wenn du Bock hast, machst du mal deinen Daumen hoch hier, ist ja nicht so wild, kannst du da hier das Abo-Ding da machen, kostet keine Kohle für dich, also geh hier, kannst du ab und zu mal ein bisschen Fragen beantworten, wenn du Bock hast, hier, mach mir ein Video, mach mir ein neues Video, frag, kannst du eine Antwort geben, das ist ein wichtiges Ding für die Menschheit, und für die Menschen, für die Maßbewohner, das soll ja bald losgehen, also bis dann, ciao, mach's gut, hier, ei, 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 ei. Vielen Dank.